Bei mir funktioniert das Internet nicht mehr. Telefon nicht mehr, aber mein Fernseher geht noch. Habt ihr noch Strom? Ja, Strom haben wir noch. Aber halt kein Internet mehr. Die in der Innenstadt hat kein Strom mehr. Kein warmes Wasser. Echt? Auch kein Abfluss. Scheiße, was? Ja, geht ja nicht. Ist alles auf einer Höhe. Wo soll das hinfließen? Keine Ahnung. Ich hätte das Auto ja weggefahren, aber... Hier oben. Da steht noch ein Auto. Wo steht ein Auto? Ja, da steht er gut. Der steht hier auch ganz gut. Wahnsinn. Wahnsinn, guck mal dahin. Das geht ja gar nicht mehr. Oh nein, Udos Brutzelbude. Bude. Bude. Wir können jetzt echt bald mit zu krank Kanu oder so. Ich kann's irgendwie gar nicht glauben. Ist wie im Traum. Ist krass, ne? Guck mal dahinten. Die sind bis zu den Knöcheln. Also bis zu den Knien. Wollen wir da lang gehen oder? Nee. Da kommen wir nicht lang. Da oben rum? Ja, wir müssen jetzt zurück. Dann in den Schienen. Wir müssen zurück. Chris? Kommst mit? Alles klar. Shit, Alter. Ich kipp dir das. Was geht? Hab ich dir schon erzählt? Ich kippe dir das.